so meine damen und herren zur letzten vorproduktion in folge wir haben 17 50 jetzt ich wollte wie gesagt eigentlich nur stopp sorgen das was ich vor drei sich parz gesagt habe gefühlt ein helfer soll nicht fertig sein ich bin gespannt ich sehe schon welcher also irgendwie bereut das dass ich hier den kleinen anhänger ich nur genommen ab also der ist doch schon sehr klein der würde mir am besten gefallen das wäre auch den dem er glaube ich maximal kaufen fahren könnten ja theoretisch die frage ist bloß ob man die noch schleppen könnten am ende mit 35.000 inhalt deshalb ziemlich teuer das ist unser hin und her was bringt man der hier macht bitte noch hier das bitte fertig man switchen wir mal bitte durch bist ja da war doch dann machen wir nämlich schon alles an lassen den kleinen haufen da liegen ich glaube das tut mir jetzt nicht so weh und fahren hier mal drüber an ach ich wollte das ja eigentlich nur mit den pferden raus probieren das wollen wir glaube ich am ende des ports wir werden hier noch hoch und runter ein paar mal fahren wahrscheinlich ich werde das glaube ich auf kam noch ein bisschen machen da werden wir wohl nächstes mal ein bisschen mehr geld haben das ist nämlich nicht das schiedelt irgendwie von der bank gelein sondern das würde ich dann gleich noch im nachhinein noch schnell ein bisschen machen also ich habe ja jetzt noch der zeit helfer wird blockiert der etwa ja ja es sind diese kleinen hänge die hier ja so ähm fertig dann räumen wir die mal zur seite das werden wir glaube ich gleich so umkippen ab und wir können das leben fertigen reinkippen die waren ja die haferfresser ähm ähm oh waren das die haferfresser ja genau können wir die nämlich hier schon mal zur seite stellen kann man das hier eigentlich wegmähen mir gefällt das gar nicht das Gras oh ähm eingefahren dann ja die Hühner sind noch nicht so dreckig aber ich würde gerne noch mal die Hühner wegfahren das wäre glaube ich auch nur so eine Sache das hier im Morgen schnell wegfahren das werden wir so viel wie es geht bei den Hühnern äh bei den Hühnern genau bei den Küchen boah leckt mich doch am Maul er wisst schon was ich meine einladen und danach fahren wir noch unsere paar Bahnen hoch und runter ähm dann schaffen wir die Eier weg und dann ist der letzte Part und Vorproduktion äh vorbei ich weiß nicht wie lange der Part gehen wird aber wir haben ca. 50 angefangen ähm das habe ich mir gemerkt jo schmeiß weg die Scheiße brauche keiner ok 7.000 haben wir noch drin ähm das werden wir jetzt so uns in unser Silo reinpacken weil wir es können ich habe beide das gedacht so das liegt nicht der Klinik hier ich will nie wissen was da noch von Filmmaschinen auf uns zukommt das ist glaube ich ja alles kann man eben nicht in Aufnahmen machen wie gerade gesagt ähm ähm der macht ja seinen Spaß hier das gefällt mir könnte aber sein dass wir im Tier nicht alles rein kriegen so an ne jetzt wird er genau so wie gesagt wir fahren nur noch äh eben hoch eben runter dann müssten wir ja wieder voll sein wir fahren das nochmal weg kriegen wir uns jetzt bei 1000 fast mhm dann holen wir die Eier mal weg um zu wissen was das eigentlich für Geld gibt äh wir können uns ja theoretisch was ausrechnen aber wir sind sofort zum Rechnen und äh gucken ob das einen Nutzen hat mit den Hühnern können uns natürlich jetzt auch noch ein paar andere neue Hühner kaufen weil wir es können weil wir Geld haben machen wir es mal so genau ähm ja mir geht gerade nochmal so ein paar Sachen kanalmäßig durch den Kopf weil ich kriege in der letzten Zeit wieder die Abos so wie es irgendwie immer zum Jahresende ist das habe ich glaube ich auch auf Facebook schon geschrieben also immer so äh Jahresende kommen irgendwie die Abos auch immer zu auf mich drauf ähm ich weiß nicht was es für einen Grund hat ob das dann nochmal die Werbung machen ist von anderen Leuten da würde ich sowieso noch bei dem Einen gucken reingucken ich habe auch nichts dagegen äh man sollte sie auch helfen man kann ja auch mal anfragen aber einfach mal so Werbung drunter machen und da irgendwie das finde ich geht gar nicht das glaube ich werde ich auch mal im Jahresende falls ich doch noch eins mache erzählen so guck mal hier ist sogar noch die halbe Spur übrig also hier hat man doch ein bisschen mehr eingenommen anscheinend also wie es für mich jetzt aussieht der Hänger ist gleich voll hier war ein bisschen mehr dabei 22 und die 23 haben wir so so Pickup ist oben und dann fahren wir das mal ganz ganz schnell weg ähm nochmal zurück zu kommen also ich bekomme in letzter Zeit das ist bei manchen bestimmt auch so dann habe ich auch gesehen der bekommt jetzt in letzter Zeit auch ein paar Abos neu dazu ähm und dann sehe ich gerade dass er mir sogar geschrieben hat ähm also er hat sie jetzt sehe ich ich habe vor zehn Parts irgendwie gesagt gehabt ähm mit den Jugo-Iro Folgen und ähm er hat gerade gesagt gehabt äh jetzt seine Videos kommen von Donnerstag bis Sonntag 18 Uhr immer außer für heute da kommt der Part erst morgen und okay ich habe ihn kapiert okay das könnte man machen okay das ist eine gute Möglichkeit und ich sehe der andere Helfers wieder aus soweit ich das richtig sehe oder? oder läuft der noch? der Helfers kostet mich da drüben an dann können wir am nächsten Parts die Mission beenden ich weiß nicht ich bin jetzt schon bei acht Minuten aber ich möchte die Eier dann noch wegfahren also ich fahr den noch zurück fahr die Eier mal weg um zu wissen was das Geld bringt und dann gucken wir einfach mal wo wir mit der Zeit auskommen ich werde dann auch wie gleich anfangen zu schneiden weil mein Computer wie er sagt äh hallo du bist ich bin voll kannst du mir mal bitte helfen ähm ich weiß bloß nicht wieso auch immer wieder wow jetzt biegen wir hier schon mal die Kurve ein das wird uns glaube ich will helfen jetzt mal Stroh bitte abladen ich glaube wenn ich jetzt aussteige geht da auch raus oder? genau dann switchen wir mal bitte durch kurz ich möchte mal gucken und der Helfer macht noch das ist sehr gut ich hoffe hier kommt noch alles rein und nicht aber hier haben wir gerade mal 300 Eingenommen ok 305 müssen wir uns mal merken 305 hat er eingenommen und jetzt haben wir so das plus 305 da wären wir bei 1 5 6 also wir sind um kleines bisschen Minus und vorhin sonst passt ja alles so wie wie gesagt hier fahr man auch zurück äh lang die ersten Eiermatt kurz drauf weil ich muss mich dann noch schneiden ich muss mein Muskeltraining weiter führen und ja das abladen wollen wir den nächsten Part genau und ich werde das hier aber noch weitermachen dann werden das schneidens wahrscheinlich und dann nach Ambrück noch essen und ja es würde ihr seht ja wie lange das saut gut es war jetzt mit uns mit uns 25 kmh Fahrzeug aber ich finde sie besser mit kleineren Fahrzeugen anzufangen und auch der Sound von denen erinnert mich mehr so an ältere Fahrzeuge und ich liebe Ultimers ich finde Ultimers sexy ich finde sie geil ich kann nicht mehr sagen ich finde sie eben geil wir können ja jetzt von hinten anfangen VW und nämlich den Klin ein bisschen aufheben genau und dann steigen wir bitte in obwohl wir gucken erstmal ja gut das ist die Frage also hier hat er noch was übrig da hinten hat er noch was übrig und das war's oder wir gucken mal kurz was hat er also hier sind kleine Stellen ich hoffe mal die werden uns jetzt nicht umbringen ähm wie war das die Mission? ganz einfach 80% müsste alles sein ach nee wir wollen ja genau das habe ich schon fast wieder vergessen da steht das Auto hier schon bereit Byte spielt Just Cross Just Cross ja natürlich heißt das bevor wir das aber machen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 14 15 15 16 ok ich glaube ich verzählt und ab rüber jetzt ist nämlich alles hier voll hier haben wir jetzt soviel hinern wie es geht wir nehmen uns diese Kiste und Spannengut anbringen L guck mal kurz was sagen wir eigentlich wir haben jetzt 99 Liter also kann man sich eigentlich fast schon ausrechnen was wir kriegen die schlauen Leute von euch haben das soweit ich das hier angeklickt habe Hafen Süd ist da unten ok das ist eben die letzte Mission die wir jetzt heute warten jedenfalls in der Aufnahme wir nehmen wir auch jetzt hier unseren schnellen äh ma 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 Musik passt auch so richtig so rucki zucki Musik, so kann man sagen, richtig floppig, richtig faffig, richtig puffig, soja, also könnt ihr doch mal reinschreiben, was ihr denkt, was ich verdiene, bestimmt nicht so viel, ich glaube, einer hat mir auch gerade wieder geschrieben, dann nimmt die Brieger schon wieder, man sieht es ja bloß im Augenblick, ach hier ist einfach noch alles kargasiert, so, ab hier raus, genau, und dann würde ich sagen, war es das mit unseren Part heute, wenn euch der ganz gut gefallen hat, gibt mir noch einen Daumen drauf, ich schreibe mich und darauf, wenn das eine 30er Zone wäre, wäre ich jetzt aber auch schlecht, Spannengute lösen, Oh, da müssen wir da drüben ranfahren, Mal kurz die Spannengute wieder ran, Weil hier drüben haben wir ja auch noch, hier ist er Ne, Ne, Da muss ich die draufwerfen, also abnehmen und ein, weil ich habe ja auch gerade einen Gila an, 100%. Ich habe mir nichts geladen. Juhu, es war 300. Ist eine nette Einnahme, glaube ich mal. Man kann damit leben. Gut, dann müssen wir uns mal seitdem, wenn sie... Tschau!